Ein paar Zentimeterchen fehlen noch bei Knockout, der ist so gut wie drin, aber eben noch nicht ganz. Die Tür hinten konnte noch nicht geschlossen werden. Starthelfer vorne ist auch noch in der Maschine. Jetzt ist er nochmal zurückgewichen, jetzt gab es die Kapuze zur Hilfe, jetzt ist er aber drin, alles startklar, drittes Rennen und Boxen auf, Start zum XTL-Preis, Preis der deutschen Eishockey-Liga. An der Innenseite ist Takeda Schingen gut auf die Beine gekommen, Venezianus. Und außen sehen wir, dass Dao Vasco sich hier gleich eine prominente Position zum ersten Mal vor Publikum aneignet. Ja, unter Ihrem Applaus geht es in die Schlussrunde. Takeda Schingen, Dao Vasco, dahinter Venezianus. Dann ist Juan auf dem vierten Platz vor Nighthawk. Dann sehen wir auf den letzten drei Plätzen an der Innenseite Eyes on Me. Auf dem vorletzten Rang Sacrifice My Soul und Knockout zunächst am Ende des Feldes. Die Teilnehmer nun in der Kastanienallee. Takeda Schingen vor Dao Vasco, dahinter Venezianus, gefolgt an der Außenseite von Juan. So wie an fünfter Position Eyes on Me. Dann Nighthawk vor Sacrifice My Soul und Knockout am Ende des Feldes. So waren sie Mitte gegenüber und die Führung hat unverändert Takeda Schingen. An zweiter Stelle Dao Vasco, an der Innenkante Venezianus dicht auf. Dann ist auch Juan unverändert an vierter Position dicht dabei. Fünftes Pferd ist Eyes on Me, dahinter Nighthawk. Dann Sacrifice My Soul, die Favoritin und schlusslich bleibt Knockout. Es geht durch den Bogen, Ausgangs der Kastanienallee zum Berg hin und Takeda Schingen. Der Außenseiter im Feld immer noch vor. An zweiter Position Dao Vasco, an der dritten Stelle ist es Venezianus, an der Außenseite Juan. Dann Eyes on Me und dahinter sehen wir dann Nighthawk mit Sacrifice My Soul vor Knockout. Gleich ist der Berg erklommen, dann geht es in wenigen hundert Metern auf den Schlussbogen zu. An der Spitze unverändert Takeda Schingen. An zweiter Position, außen jetzt näher gebracht. Das ist unverändert Dao Vasco, der hier früh eine Entscheidung sucht. Und dahinter ist Venezianus in Position. Dann versucht sich auch Juan hier einzuschalten. Einzuschalten, Nighthawk dahinter, Sacrifice My Soul noch an letzter Stelle weiter innen. Auf dem Weg allerdings weiter durchzukommen. Aber Dao Vasco führt. Es sind noch gut 350 Meter bis zum Ziel. Dao Vasco. Jetzt kommt Sacrifice My Soul vom fünften Rang innen stark auf. Außen Venezianus und auch Juan zur Stelle. Knockout meldet sich ebenfalls. Innen ist da genug Platz. Im Moment noch nicht für Sacrifice My Soul. So ist Venezianus vorn. Die letzten 150 Meter. Venezianus vor Dao Vasco. Und die beiden Bolte-Schützlinge hier vorn. Venezianus, Dao Vasco. Und so geht es auch über die Linie. Dahinter ist Sacrifice My Soul. Dann folgt Juan. Und dahinter Knockout mit Eyes on Me vor Nighthawk. Und schließlich Takeda Schingen. Untertitelung des ZDF, 2020 Und hier ist auch der vorläufige Richterspruch des dritten Rennens. Im X-Tip-DL-Preis. Preis der Deutschen Eishockey-Liga. Siegte mit der Programm Nummer 6. Der sechsjährige Wallach Venezianus. Auf dem zweiten Platz. Sie hören die Sirene der Rennleitung. Die Rennleitung überprüft den Ausgang des Rennens. Werfen Sie bitte keine Wettscheine weg. Bevor nicht der endgültige Richterspruch erfolgt ist. Also Überprüfung im dritten Rennen. Der vorläufige Richterspruch aber dennoch. Die sechs. Venezianus vor der vier. Dao Vasco. Dritter D1 Sacrifice My Soul. Und auf dem vierten Platz die drei Juan. Also die sechs Sieger hier. Vorläufig natürlich das Ganze noch. Philipp Minarik für den Stall Seseke. Und Trainer Dr. Andreas Bolte. Aber wie gesagt, keine Wettscheine wegschmeißen. Die Rennleitung überprüft den Ausgang des dritten Rennens. Die Rennleitung überprüft den Ausgang des dritten Rennens. Also die Rennleitung überprüft den Ausgang des dritten Rennens. Und dann die Rennleitung überprüft den Ausgang des Dritten Rennens.